Hallo und herzlich willkommen zu euern TornadoStream. Wir sind heute wieder beschäftigt mit GranTourismus Sport und heute sind wir auf den Racetech Raceway Luna und wir machen jetzt wieder alles auf Gold. Nur Gold ist der Maßstab der Dinge. So, hier haben wir die einzelnen Sektoren und eine Runde am Ende. Wir fahren das mit der Viper SRT GT3. Hier sieht man schon. Ich habe angefangen und wir gucken jetzt mal, wie ich mich da durchwuschle. Also einfach Konzentration und durch. Ja, rein da. Okay, Aufgabe Nummer 1. Ich habe es schon mal gemacht, habe eine Bronze gefahren, aber wir machen jetzt mal weiter. Okay, volle Konzentration. Voll durch. Oh, oh. Nein, das geht ja gar nicht. Ha, 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 ha. Direkt gleich neu. Und los. Und? Ah, ha, 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 ha. Ne Silber haben wir schon mal. Ne Silber haben wir schon mal. Aber jetzt brauchen wir Gold. Gold, Gold, Gold. Gold, 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 Gold. Das geht nicht. Nochmal. Verliert so viel Speed. Und Drag. Folgt auf. jetzt 31 gold gold die zeit neuer gold geil so die erste gold haben war so und jetzt sind wir im sektor 2 das sieht schon etwas vielleicht leichter aus aus meiner sicht und rein was rein ja Und bremsen. Man sieht die Kurve gar nicht. Das ist ja das Perverse. Man sieht die Kurve gar nicht. Also, aber jetzt bin ich vorbereitet. Wir müssen den Kurven schneller wenden. Jetzt aber 27, 28, 29. Gold. Ich freu mich so, Alter. Gold ist einfach geil. Sieht ihr? Da war der Fehler. In den Kurven waren wir zu langsam. Hm, in den Kurven. Das war das Problem. So, und jetzt? Wie dieser ganze Abschnitt? Äh, okay. Nun ja, egal. Und rein. Stimmt, jetzt ist ja der Abschnitt. Oh, oh, oh. Nicht nachgedacht. Kommt jetzt eine ganz harte Schikane. Ach du, ich geh mir die. Geil. Nochmal. Mein Gott, was mach ich denn da? Oh, oh. Wah. Oh, oh. Das war ganz schön anschlussvoll. Das war ganz schön. Beim letzten Ding hat mir was gefehlt, jetzt haben wir Bronze, ey jetzt haben wir schon mal Silber. Silber ist gut, aber jetzt brauchen wir noch Gold. Es wird doch wohl gelacht sein, wenn wir das nicht hinkriegen. Einfach in den Kurven schneller sein, wie immer. Das war ganz schön. Hier fehlt mir die Sekunde, in der letzten Schikane fehlt mir die Zeit, in der letzten Kurve. Jetzt. Das war ganz schön. Hau rein. Gold! Yeah! Ja, ja. So und jetzt. So und jetzt machen wir eine schnelle Runde und geben alles was wir haben und machen jetzt auch nur noch Gold. Also wir brauchen für Gold eine 1.25.1. Also los. Warm. Ach verdammt. 2 Sekunden. 2 Sekunden, 2 Sekunden fehlt mir. Also eine Silber haben wir schon. Das ist doch geil, Mann. Ich muss mich voll konzentrieren. Was ist drinne? Was ist drinne? Oh, schon mal. Was ist drinne? Okay. Los. Auf Wiedersehen. Los, los, los. Ich will es, ich will es, ich will es. Mist, das wäre es gewesen, das wäre es gewesen von der Zeit, das wäre es gewesen von der Zeit. Ich habe es in der letzten Kurve versaut. Jetzt! Drifts kosten immer Zeit, Mann. Jetzt aber, jetzt wird es. Das wird die Zeit. Und jetzt Vollbremsung, ab hier. Zweiter Gang. Blind eingelenkt, man sieht nichts. Voll durch. Zweiter Faust halber, damit ich nicht wegslide. Voll drauf. Fünf Sekunden. 21. Fahr, 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 fahr! Ja! Puh! Alles auf Geld geschafft, wie erleichtert ich jetzt bin. Geil! Hahaha. Ja. Ja, Mann. Hahaha. Das ist ja geil, Mann. Wir haben es geschafft. Ja, wollen wir mal gucken, was die Belohnung ist. Jetzt, komm. Alle Rekorde. Da ist kein Auto dabei, was ich mag. Ja, doch. Na, was haben wir denn da Schönes? Ferrari 512 BB 1976. Den werden wir jetzt auch testen. Weil, das habe ich ja gesagt, wenn wir das machen, wenn wir auf Gold gehen, dann machen wir auch eine Testfahrt. So, hier haben wir den Ferrari, den 512 BB. Und den werden wir jetzt manuell testen. In Monza mal kurz. Wir fahren einfach mal eine Runde. Brumm Brumm. Ganz schön weiches Fahrwerk, muss ich sagen. Also, muss ich sagen, fährt sich ganz schön schwammig das Teil, aber geil. Oh, ja, 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 oh. So, das war es an der Stelle. Und dann sage ich macht's gut. Euer Turnier, ciao.